Veranstalt CND bis E. Rax 6 nach Bratislava Petr Schalka fährt ein. Anstalt CND Bede 7.36. von Villa Kaukswagenhof fährt ein. Diese Zug ist auf der Strecke. Entschuldigung, die Intercity 736 von Vila Hauptbahnhof ist auf Plattform 98B. Diese Fahrt wird hier terminiert. Die Fahrt wird hier in der Nähe von Vila. Norddeutscher Rundfunk 2020 Rundfunk 2020